Wir sind eh nicht mehr in der Sons. Was soll das, Alter? Okay, warte, 3, 2, 1. Das Labyrinth ist weg, Leute. Das war niemals da. Wir alle, die mal können machen. Wir haben ein Video nach langer Zeit wieder... Ja, einfach von Waiting Woods. Und wir suchen halt die... Ja, haben wir eh nicht. Hallo! Besten vor 100 Spieler erwähnt. Also, Entschuldigung. Also, Entschuldigung, dafür, dass so lange kein Video kam. Wir haben die ganze Zeit versucht, den Ton synchron zu kriegen, weil er halt nicht synchron war in den Videos. Und darum haben wir halt ewig gesessen. Und irgendwann hatten wir kurzzeitig keine Lust mehr. Und dann hat sich's halt alles so entwickelt. Und ich bin hier direkt eben bei einer Kiste. Oh, Schildrank... Äh, grünes Grün... Jan? Möchtest du's noch? Ich hab' nur ein Seitensturmgewehr. Ich hab' das normale. Ich hab' nur ne taktische Maschinen... Marvin, hier. Möchtest du's normal? Äh, scheidengedämpfte Maschinenpistole und eine Pistole. Brauchst du noch ein kleines Schild? Ja, ich hab' nur erzählt. Oh, ups, ups. Ja, wir können hier ne Base bauen. Braucht wer' kleiner Schild? Irgendwo da vorne. Möchte wir... äh, Marvin, wie... Heute war ich mal ein Labyrinth? Äh, kann ich mich nicht dran erinnern. Das ist es einfach weg. Äh, Schild? Ja, hä, hä, hä. Ne, Marvin, warte hier! Aber ja, ich hab' bloß das Labyrinth hin. Das ist ja ganz zufällig weg. Ähm. Hier ist nur noch ein Auto. Das Auto. Äh, kann mal jemand das Holz einsammeln, was ist hier die ganze Zeit? Ja. Darf ich's holen? Ich brauch Holz. Meine Base sind geil, Alter. Jan, das ist mein Holz. Okay, das ist noch genug geworden, aber naja. Jan, wie viel Holz hast du? Du? Ich hab' 386. Ja, hol dir was vom Automaten. Was? Was soll jetzt schon wieder ein Automat sein? Da hinten, da wo der sonst immer auch ist. Da geradeaus. Da hinten. Was ist das für ein Automat? Grün. Was ist das? Da in die Richtung. Keine Ahnung, sag ich mir, ich müsste selber hingehen. Marvin, kommst du mit? Kommt ihr? Ey, Marvin. Marvin, lass es. Oh Mann, Alter. Woll, lass es bitte, Mann. Alter. Bitte. Alter, ich hab' mir das Wettentum ein bisschen mehr mitgegeben. Oh, ihr Äschlöcher, Alter. Oh. Justus, wir sind eh nicht mehr in der Saal. Was soll das, Alter? Ja. Okay, warte. 3, 2, 1. Ähm. Das Labyrinth ist weg, Leute. Äh. Das war niemals da. Äh. Ja. Das war nie da. Niemals. Niemals war's da. Und wir sind mal wieder in der Saal. Bojan, was soll das, Alter? Ja. Justus, nicht ausrasten. Bitte. Danke. Ganz unauffällig, dass hier ganz viele Bäume auf einmal weg sind. Ganz unauffällig, dass das Labyrinth auf einmal weg ist. Ja. Wir waren niemals. Nein, wir waren niemals hier. Nein. Wir doch nicht. Boah, wie clear das einfach in der Mitte ist. Alter. Ey, das sieht aber geil aus. Muss man ehrlich sagen. So. Was gibt's hier denn mit? Ja. Einmal kleinen Schilddrank und zweimal Schrotflinten. Einmal für 200 Holz und einmal... Einmal für 200 Holz und einmal für 200 Steine und die kleinen Schilddrank. Ich bau da oben jetzt die Base und wenn jemand die abbaut, das ist für uns alle gut. Was? Ich bau da oben jetzt die Base. Und dann kommt jemand mit dem Raketenwerfer, wenn wir nicht kommen. Ich scheiße Holz aus. Ja, ich mach die gut, dass die nicht vom Raketenwerfer kaputt ist. Ey Leute, was rennt ihr weg? Kann noch jemand für Minischilder aufnehmen? Äh, ja. Könnt ihr. Die liegen hier nämlich drin. Ihr lebt einfach über den Holzhof. Boah, Alter. Junge, das tut ihr. Was ist? Ralph Bailingwoods ist weg, Alter. Was? Was? Ob ich Holz brauch? Ja. Ich hab 714. Oh mein Gott, was macht ihr? Wailingwoods muss weg. Ja komm, das machen wir jetzt. Wailingwoods ist weg. Besonders, das wird halt auch nicht auf einmal mit angestellt. Oder nein, ich hab die Wailingwoods eingestellt. Ey, da... Leute, helft mir mit Wailingwoods abzubauen. Alle mithelfen. Alle Wailingwoods abbauen, okay? Dort ist jemand beim Containerplatz. Ist mir egal, ich baue Wailingwoods. Nein, komm jetzt her. Oh Mann. Komm schon. Hier ist eine Base. Da könnt ihr. In der Base aus. Was ist das? Ehrlich, was ist das? Jan, was haben wir gemacht? Guck mal, wo eigentlich Wald ist auf der Karte. Ja, und jetzt schau mal, wo zur Zeit noch Wald ist. Einer ist genockt. Ja, als ob... Aber er ist Jan. Was ist falsch mit uns? Komm mit, komm mit, komm mit. Hat ja mal wieder super geklappt. Wo sind die? Komm mit. Muss noch größer machen. Wo sind die? Wo ist der andere? Ist der von, ähm, Containerplatz hier. Ja. Wo der hingekrabbelt ist. Und wo ist der andere? Nein. Ich hab nur 901 Holz. Ah, hier ist er. Warte, Marvin. Ah, beide. Beide? No. Lass die, äh, lass die Container abbauen. Hier ist doch, es gab, du. Wisst du, wo ich... Wo? Wo? Hier drin. Jan. Ich hab gedacht, wir wollen Rally Wood stören. Geh mal weg. Geh mal weg. Bitte, Zone. Ich hab 999... Lass die Base in der Zone sein. 999. Jetzt geht er weg, Jan. Bitte. Bitte in der Zone. Bitte in der Zone. Bitte in der Zone. Ja. Jan. Neue Mission. Containerplatz abbauen. Ich hab einfach gar keine Waffe, Alter. Jan, einfach, du hast einen Container im Abbau. Jan, wir sind so Abbautsgurt, okay? Äh, Justus, jetzt lohnt es sich Rebell zu bauen. Mach ich gerade. Äh, okay, wir kommen zurück. Ich hab noch keinen Bock mehr auf Containerplatz abbauen. Ähm, brauch ich selber. Ich hab keinen Sniper Schuss. Ich hab keinen Sniper Schuss. Schattenlauncher gehört. Er hat, wer Sturm, hat wer Sturmgewirrmonie? Wie viel hast du? Nur 66 Schuss. Ja, ich kann dir ein bisschen was aufgeben. Mini-Gun, seid mal mit Leiter. Ich hab deine Tour eingemacht. Hallo. Ja, ich komm jetzt auch, äh, wollte ich vielleicht mal. Kann mir das Holz geben? Äh, ja. Äh, ja. Warte. Ne, warte, Martin, bau du die Wände. Drumherum. Okay. Ich baue die Treppen, du brauch die Wände. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Damn. Ich spring überall runter. Oh, da vorne ist das Supply-Dock. Und dann nicht mehr so. Soll ich die Wände hier bauen? Okay, das ist hoch genug. Ähm, wir brauchen Metallmauern. Achso, Metallmauern. Ich hab kein Metallmauern. Ich hab 999m. Ähm, wir müssen vielleicht mal, äh, die Treppen saven. Wie viel Metall hast du? 999m. Okay, hier oben baue ich die Klappe. Ernst, weil hast du das immer? Weil die zwei Leute die ganze Zeit Container abgebaut haben. Achso, ähm, ja, gut, ähm. Oh, wir werden nicht mehr. Versuchen, unsere Base kaputt zu machen. Nein! Nein, meine Base! Nein! Wie kommen die? Hä? Wie hast du das? Ah, fuck. Autsch. Die Base ist weg. Nein, ist sie noch nicht. Ja, aber halt. Kann man jemand helfen? Kann man jemand helfen? Ja, ich wusste es. Ich komm sofort. Ja, ich wusste es. Ich komm sofort. Von wo? Ach, von da hinten. Das ist... Ach so? Warte. Wo sind die? Da hinten! Ihr seid im Weg, ihr Schlauköpfe. Ich weiß. Oh Scheiße, ist direkt, äh, südöstlich. Südöstlich ist direkt der. Hab ich die gesehen. Wow, Marvin. Wow, Marvin. Gut da. Ah, hier ist es toll. Nein! Ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder hinter. Just los. Die sind über uns. Vor uns, über uns, über alle werden die. Ja. Ich bin schon wieder. Ja. ... Bis zum nächsten Mal.